In diesem Video übertragen wir die Ideen der Grenzwerte von den Folgen auf die Funktionen, auf die reellen Funktionen. In dem Video gucken wir erst die Ideen, Definitionen und Beispiele an und wir fangen auch gleich mit den Ideen an. Angenommen, wir haben so eine Funktion wie diese Funktion hier, also f1 ist x² plus 1, dann sieht der Graph ungefähr so aus. Das ist die übliche Parabel. Und wenn man sich jetzt überlegt, was passiert eigentlich, wenn ich mit den x-Werten auf die 0 zu laufe, von links nach rechts irgendwie, dann wird man immer feststellen, naja, dann läuft man halt auf diesen Wert, in dem Fall eben auf den Funktionswert f von 0 gleich 1 zu. Das ist an der Stelle erstmal relativ unspektakulär, so ein bisschen wie man es erwarten würde. Das muss aber nicht immer so sein. Betrachten wir zum Beispiel mal diese Funktion, die wird schon ein bisschen spannender, das f2. Das ist die Funktion Sinus x durch x. Wir sehen schon, dass diese Funktion für x gleich 0 nicht definiert ist. Und wenn wir die Funktion aber mal plotten lassen, sehen wir, dass der Graph der Funktion so aussieht. Das heißt, wenn wir hier, völlig egal wie wir hinlaufen, ob wir von links hinlaufen oder von rechts hinlaufen, gegen 0, dann sehen wir, dass diese Funktion hier, die Funktionswerte gegen einen Wert zu laufen scheinen, nämlich gegen den Wert 1. Das ist dafür zwar nicht definiert, aber irgendwie scheint das da hinzulaufen. So ein bisschen anders sieht das bei der Heaviside-Funktion aus. Die Heaviside-Funktion, das ist so eine abschnittweise definierte Funktion. Die kann man zum Beispiel definieren, dass man sagt, h von x ist gleich 1, falls x kleiner gleich 0 ist und 0 für x echt größer 0. Sie werden hier und da, wenn Sie in der Literatur gucken, auch mal leicht andere Definitionen finden für den Wert an der Stelle x gleich 0. Aber die grundlegende Idee bleibt, hier ist ein Sprung. Wenn Sie hier so von links kommen, dann laufen Sie auf die 0 zu. Wenn Sie von rechts kommen, laufen Sie, also wenn Sie von rechts die x-Werte gegen 0 laufen lassen, läuft die Funktion, laufen die Funktionswerte auf die 1 zu. Das ist also unterschiedlich, je nachdem, von wo Sie kommen. Nächstes Beispiel ist noch deutlich wilder. Wenn Sie die Funktion, die eigentlich relativ unscheinbar aussieht, 1 durch x angucken, dann sieht der Graph der Funktion so aus. Wenn Sie hier von links kommen, aus dem negativen Bereich, mit den x-Werten, dann sehen Sie, dass die Funktionswerte sehr, sehr negativ werden. Laufen, werden immer kleiner, laufen gegen Minus und endlich. Wenn Sie jedoch von rechts kommen, dann sehen Sie, dass da die Funktionswerte immer größer werden, wenn sie gegen 0 laufen. Das ist also ein deutlich wilderes Verhalten noch. So ein bisschen harmloser ist es dann bei 1 durch x². Da ist es zumindest egal, ob ich von links komme oder von rechts komme. In beiden Fällen werden die Funktionswerte beliebig groß. Und genau diese Betrachtung wollen wir jetzt so ein bisschen formaler fassen durch den Begriff der Grenzwerte bei Funktionen. Wir nehmen jetzt den Begriff, den wir schon von den Folgen kennen und übertragen diesen Begriff auf Funktionen. Gucken wir das einmal genau an, wie da die Definition aussieht. Wir sagen, wir haben eine Funktion f. Diese Funktion f bildet ab von x, was eine Teilmenge der reellen Zahlen ist, in die reellen Zahlen, soll eine Funktion sein und x0 soll eine beliebige reelle Zahl sein. Hier ist an der Stelle schon mal wichtig, hier fordern wir erstmal nur x0 ist aus R. Wir fordern nicht etwa, dass x0 aus dem Definitionsbereich von x ist. Also die Funktion muss dort nicht definiert sein. Das ist auch sinnvoll, wenn Sie zum Beispiel an diese Funktion Sinus x durch x denken. Da wird das eine Rolle spielen. Gut, dann wollen wir sagen, dann hat f an der Stelle x0 den Grenzwert y. Und dann nutzen wir die gleiche Notation, wie wir sie auch von den Folgen kennen. Wir sagen also, dass der Limes von x gegen x0 von f von x ist y, falls für alle Folgen xn gilt. Mit der Eigenschaft, dass wenn xn gegen x0 läuft, also wir wollen den Grenzwert an der Stelle x0 bestimmen. Das heißt, wir gucken alle Folgen an, die gegen x0 laufen und vollständig im Definitionsbereich der Funktion liegen und nicht der Wert x0 selber sind. Also das sind die Voraussetzungen, die wir haben. Wir wollen also alle Folgen angucken, nicht nur eine, die gegen den Wert x0 laufen, komplett im Definitionsbereich der Funktion liegen und den Wert x0 nicht annehmen. Und all diese Folgen, die setzen wir in die Funktion f ein, bekommen dadurch eine Folge von Funktionswerten, f von xn. Wenn wir jeden einzelnen Wert dieser Folge einsetzen in die Funktion, bekommen wir eine Folge von Funktionswerten. Und diese Folge von Funktionswerten soll wiederum als Folge gegen y laufen. Dann wollen wir sagen, dass dann der Grenzwert der Funktion an dieser Stelle y ist. Und wichtig ist, es muss mindestens eine Folge mit der geforderten Eigenschaft geben. Also wir müssen mindestens eine Folge finden können, die komplett im Definitionsbereich liegt und die tatsächlich gegen unser x0 hinläuft, ohne das anzunehmen. Und wenn wir das haben, dann sagen wir eben, dass die Funktion an der Stelle den Grenzwert y hat. Die gleiche Definition geht natürlich auch für Grenzwerte für x gegen unendlich oder gegen minus unendlich oder aber bei Divergenz. Das heißt, wenn die Funktionswerte gegen plus oder minus unendlich weglaufen. Gucken wir diese Idee nochmal so ein bisschen genauer an. Also, Idee soll wie folgt sein. Wir haben so ein Koordinatensystem. Wir haben irgendwie eine Funktion. So was. So, und jetzt wollen wir an einer bestimmten Stelle, an einem x0, da wollen wir wissen, was für einen Grenzwert hat die Funktion an dieser Stelle. Dann wählen wir uns so ein x0 raus. Das soll mein x0 sein. Und was wir jetzt machen ist, wir nehmen jede mögliche Folge von x-Werten. Völlig egal, welche wir nehmen, aber die Folge von x-Werten, das können zum Beispiel solche sein, oder wir können den nehmen, den nehmen, den nehmen, und so weiter, wird immer näher da dran laufen, so, irgendwie gegen dieses x0. Das könnte dann sowas sein wie x1, x2 und so weiter. Das ist irgendwie x42. Und mit diesen x-Werten laufen wir gegen das x0. Und was wir dann jeweils erhalten, ist eine Folge von zugehörigen Funktionswerten. Das heißt, für jedes dieser Folgenglieder x1, x2 und so weiter, gibt es ein entsprechendes f von x1. Und hier ist entsprechend f von x2 und so weiter. Und hier an der Stelle ist irgendwo, das hier ist dann f von 42, äh x42. Und diese Folge von Funktionswerten, die soll laufen gegen irgendeinen Wert, und gegen was für einen Wert auch immer diese Folge läuft, das soll der Grenzwert sein. Also hier an der Stelle. Hier ist es in dem Fall sogar so, dass der Grenzwert, den man da erhält, dass das auch genau der Funktionswert ist. Das muss aber nicht immer so sein, so wie wir das in der Vergangenheit schon gesehen haben. Da kann das sein, dass die Funktion für diesen Wert f von x0 vielleicht gar nicht definiert ist. Aber die Frage ist halt, wo läuft es hin? Wo laufen diese entsprechenden, die Folge der entsprechenden Funktionswerte hin? Gegen welchen Wert? Wichtig an der Stelle ist nochmal, im Auge zu behalten, dass es hier wirklich wichtig ist, dass wir wirklich jede Funktion, äh, jede Folge angucken, und nicht nur eine Folge, die zufälligerweise gegen, äh, unser x0 läuft. Um einzusehen, warum das wichtig ist, gucken wir nochmal die, diese Sprungfunktion, die Heaviside-Funktion an, die wir am Anfang schon gesehen haben. Das war die, die entweder konstant 0 ist, für x kleiner gleich 0, oder konstant 1 ist, für x größer gleich 0. und wenn Sie die gleiche Idee hier nochmal machen, wenn Sie feststellen, je nachdem, von wo Sie kommen, haben Sie unterschiedliche Grenzwerte. Also, wenn ich zum Beispiel von links komme und so eine Folge betrachte, x, äh, xn gleich minus 1 durch n, dann komme ich ja, äh, komme ich ja von links, das heißt, ich näher mich der Null entsprechend von links an, das heißt, ich komme immer näher hier an diese Null ran, dann ist es so, dass die Funktionswerte, die Folge der Funktionswerte, also f von xn, was ja wiederum eine Folge ist, yn gleich f von xn, diese Folge ist konstant 0, weil das, was ich in die, äh, in die Funktion einsetze, das sind ja jeweils Werte, die echt kleiner 0 sind, und für Werte echt kleiner 0, die Verteilfersatzfunktion 0. Äh, das heißt, wir erhalten hier so eine Folge von Nullen. Wenn ich umgekehrt aber eine Folge wähle, die von rechts kommt, also zum Beispiel xn', gleich 1 durch n, das ist jetzt eine Folge für große N, läuft die eben von rechts kommt auf die Null zu, alle Werte, die ich da einsetze, sind größer 0, echt größer als 0, und dann ist y'n, also die Folge der Funktionswerte, die ich dann erhalte, das ist f von x'n, das ist die Folge, die konstant 1 ist. Also, es macht einen Unterschied, von wo ich komme. Damit man jetzt eine sinnvolle Definition hat, muss man das so definieren, dass man eben sagt, naja, wir sagen nur, dass ein Grenzwert existiert, falls jede beliebige Folge, die wir betrachten können, direkt dahin läuft. Sie können sich leicht überlegen, dass man auch Fälle konstruieren kann, von Funktionen, die deutlich weniger gutmütig sind, als dieses Beispiel zum Beispiel. Gucken wir zum Abschluss noch einmal an, warum es so wichtig ist, dass man mit dazu definiert, dass es auch wirklich eine Folge gibt, von x-Werten, die gegen besagten Wert x0 konvergiert. Stellen wir uns zum Beispiel vor, wir möchten die Wurzelfunktion angucken. Wurzel x. Wir wissen, dass Wurzeln für negative Zahlen nicht definiert sind. Das heißt, es würde gar keinen Sinn ergeben, zu sagen, wir möchten mal gucken, wie ist denn der Grenzwert dieser Funktion, Wurzel x, wenn, also für den Wert x gleich minus 3. Hier wäre das Problem, oder es würde keinen Sinn ergeben und die Definition betrachtet das auch an der Stelle nicht, weil das gar nicht möglich ist, eine Funktion, eine Folge zu finden von x-Werten, die komplett in dem Definitionsbereich der Funktion liegt. Alle negativen Zahlen sind ja nicht im Definitionsbereich der Funktion. Das heißt, wir können keine Folge finden von x-Werten, die komplett im Definitionsbereich der Funktion liegen und gegen minus 3 laufen. Das funktioniert nicht und deswegen sagt unsere Definition auch, genauso wie wir es intuitiv auch haben wollen würden, dass wir für minus 3 zum Beispiel hier keinen Grenzwert für so eine Funktion angeben können. Bei der Sprungfunktion haben wir schon gesehen, dass es spannend sein kann, jeweils zu unterscheiden, von welcher Seite man auf einen Wert zuläuft bei den x-Werten und das fasst man formal durch den sogenannten linkseitigen und rechtsseitigen Grenzwert. Und da gehen wir einmal die Definition zusammen durch. Wir nehmen wieder eine Funktion an, f, die bildet wieder von x nach r ab und wir haben so ein x0 aus r. Wichtig an der Stelle wieder, die Funktion muss für dieses x0 selber gar nicht definiert sein. Dann sagen wir, dann hat f an der Stelle x0 den rechtsseitigen Grenzwert y und das wollen wir so aufschreiben, dass wir sagen, Limes von x gegen x0 von rechts, machen wir mit diesem Plus hier kenntlich, von f und x ist y, falls für alle Folgen, wir gucken weiterhin alle Folgen an, die es gibt und die gegen dieses x0 laufen für n gegen unendlich und die Folgenglieder selber, jeder einzelne Wert selber muss im Definitionsbereich der Funktion liegen und wir nehmen jetzt zusätzlich an, alle diese Folgenglieder sind echt größer als x0, das heißt, wir kommen wirklich jetzt von rechts, alle xn, die wir haben, sind echt größer. Dann erhalten wir wiederum eine Folge von Funktionswerten, f von xn, das ist ja wieder eine Folge. Hier ist es an der Stelle übrigens auch wieder ganz klar und ganz wichtig, dass jedes dieser xn auch wirklich in dem Definitionsbereich der Funktion liegt, weil das, was wir hier machen, ist, wir setzen ja jedes einzelne Folgenglied der einzelnen xn setzen wir in die Funktion ein. Damit das möglich ist, muss dafür natürlich auch definiert sein und gucken dann, wo gegen diese Folge läuft und wenn die gegen y läuft, dann sagen wir, dass dieser rechtzeitige Grenzwert existiert und eben y ist. Ganz analog, definiert man das für den linkseitigen Grenzwert, da kommt man eben von links, da muss also die Folge xn echt kleiner als x0 sein und man macht das mit diesem Minuskenntlich. Gucken wir nun ein paar Beispiele an für solche Grenzwerte. Das erste Beispiel, was wir angucken, ist die Funktion 1 durch x, die ist hier grafisch dargestellt und da ist der Grenzwert gegen 0, wenn man von rechts kommt, plus unendlich, also die divergiert gegen plus unendlich und wenn man von links kommt, divergiert sie gegen minus unendlich. Das ist eben hier genau mit diesem Plus und Minus gekennzeichnet und entsprechend genau dem, was wir hier in dem Graph sehen. Wenn wir die Funktion 1 durch x² betrachten, dann sehen wir, dass völlig egal, von wo wir kommen, ob wir von links kommen oder von rechts kommen, völlig egal, welche Folge von x-Werten wir wählen, die gegen 0 läuft, je näher wir der 0 kommen, desto größer wird der Wert, das heißt, diese Funktion läuft gegen plus unendlich für x gegen 0. Bei der Wurzelfunktion sieht das so aus, dass wenn x besonders groß wird, das heißt, wenn x gegen unendlich läuft, dann läuft Wurzel x ebenfalls gegen unendlich, wird also auch beliebig groß, divergiert auch gegen unendlich. Wenn wir umgekehrt gegen die 0 laufen, gegen die andere Grenze des Definitionsbereichs, da läuft die Wurzelfunktion natürlich gegen 0. Hier an der Stelle müssen wir auch nicht mit dem rechtsseitigen Grenzwert arbeiten, sondern wir können auch wirklich den normalen Grenzwertbegriff nehmen, weil jede Folge, die komplett im Definitionsbereich der Wurzelfunktion liegt für die x-Werte, die muss immer im nicht negativen Bereich liegen. Alle anderen Folgen würden hier nicht komplett im Definitionsbereich der Funktion liegen. Das heißt, an der Stelle sind sowieso alle Folgen, die wir überhaupt einsetzen dürfen, erfüllen immer die Eigenschaft, dass die echt größer 0 sind, wenn wir gegen 0 laufen, um diesen Grenzwert gegen 0 zu betrachten. Die nächste wichtige Funktion ist die Exponentialfunktion. Bei der Exponentialfunktion, wie man hier sieht, für große x wächst die Funktion über alle Grenzen. Das heißt, die läuft gegen unendlich, die wir geht gegen unendlich, für x gegen unendlich und für x gegen minus unendlich läuft sie entsprechend gegen 0. Die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion ist die Logarithmusfunktion und die verhält sich deswegen entsprechend analog. Das heißt, für große x-Werte ist es so, dass die Funktion auch gegen unendlich divergiert, da auch wegläuft, auch beliebig groß werden kann und für x gegen 0, an der Stelle kann 0 natürlich nie angenommen werden, aber für x gegen 0 läuft die Funktion entsprechend gegen minus unendlich. Hier habe ich das Plus mit aufgenommen, der Grenzwert existiert aber allgemein, es existiert, also man könnte es auch ohne Plus aufschreiben, als normalen Grenzwert, weil wie bei der Wurzelfunktion auch argumentiert, alle Folgen, die wir einsetzen dürfen, generell die komplett im Definitionsbereich des Logarithmus liegen, müssen eh immer echt größer 0 sein, deswegen macht das an der Stelle keinen Unterschied. Linksseitigen Grenzwert könnten wir an der Stelle natürlich nicht definieren, weil wir gar keine Folge finden würden, die von links kommt und komplett im Definitionsbereich liegt. So etwas gäbe es nicht, aber der normale Grenzwert, der rechtseitige Grenzwert wären an der Stelle wieder identisch. Sie haben schon gesehen, dass die Definition so ein bisschen unhandlich zu benutzen ist, weil wir ja prinzipiell für jede Funktion, für jeden Funktionsgrenzwert, den wir angucken möchten, alle möglichen Folgen angucken müssten. Wir müssten also jeweils zeigen, wie sich die Funktion für alle möglichen Folgen verhält, die gegen einen bestimmten Wert laufen. Das ist natürlich relativ aufwendig, das Ganze technisch hinzubekommen. Wir werden uns hier in dem Modul immer mit solchen Grenzwertsätzen und Anschauungen behelfen und das nicht wirklich immer formal durchexerzieren, weil das eben tatsächlich sehr aufwendig ist und sehr aufwendig sein kann. Und wichtig ist aber, dass das klar wird, wie man das prinzipiell definieren kann und warum eine solche Definition dann auch Sinn ergibt. Kommen wir nun zu den Grenzwertsätzen, wie man dann wirklich damit rechnen kann und da ist es so, dass ich da einfach die Grenzwertsätze aus den Folgen, die sich schon für die Folgen kennen, dass sich die natürlich dann eins zu eins auch für die Funktionsgrenzwerte übertragen. Nicht einfach daran, weil wir ja die Funktionsgrenzwerte mithilfe der Folgengrenzwerte definiert haben. Das heißt, wenn wir schon zwei Funktionen haben, die gegen A beziehungsweise B laufen für X gegen X0, naja, dann gilt das natürlich auch, wenn wir mit einem konstanten Faktum multiplizieren die Funktionen, dann ist der Grenzwert einfach das Produkt aus dem konstanten Faktor mit dem Grenzwert oder wenn wir zwei Funktionen addieren, dann ist der Grenzwert der Summe gleich der Summe der Grenzwerte oder entsprechend auch bei den Produkten oder bei den Quotienten. das überträgt sich an der Stelle dann eins zu eins. Das heißt, wir können damit weiterhin wie gewohnt rechnen. Wichtig ist immer, dass wir natürlich voraussetzen müssen, dass wir es nur benutzen dürfen, wenn wir schon wissen, dass diese Grenzwerte auch tatsächlich existieren.